Egal. An Quatsch, Quatsch. Solaya, es tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Da war ein Geruch und dann dieser Ort. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich habe nie erwartet, dass es euch gut geht, bei allem, was ihr durchgemacht habt. Trinkt jetzt euren Tee. Ruht euch aus. Ich habe immer so Zuckungen gesehen. Mhm. Ah, danke. Wartet. Ich habe noch eine Bitte. Meine Tagebücher dort drüben. Könntet ihr sie mitten im... Bitte. Bringt sie weit weg von hier. Okay. Ja, die haben ja hier nicht an hochkarätigen Synchronsprecher gespart, ne? Krass. Wie gut hier ist. Da wächst der Hunger in mir wie ein Feuer und verlangt, gestillt zu werden. Ich habe versucht, mich zu weigern, aber sie bieten uns nur Menschenfleisch an. In diesen Momenten klammere ich mich an die Hoffnung, dass wenigstens Solaya sich retten konnte. Aber ich befürchte, dass der Hunger mich bald übermannen wird und mir keine andere Wahl bleibt, als ihm nachzugeben. Hallo MacDirk. Ja. Hier ist die Tee-Tränker-Party gerade. Boste, der Tee-Diabolo, Tee-Party. So. Samira sagt, wo es weitergeht. Ich gucke halt, das ist hier nicht. Ich treibe gar nichts aus. Wir machen nur Erkundungen und so. Oh, mir fällt nur ein Punkt. Ein Punkt für was? Dann habe ich einen Fähigkeitspunkt in Skosland freigeschaltet. Ach so. Immer noch ein Wegpunkt, sieben von acht. Wir waren gerade, wie wir sind im Ratten und Trockensteppe jetzt. Skosland habe ich noch, dafür wird es auch zwei Wegpunkte, sehe ich gerade. Ja, das meinte ich doch. Aber fragt mich, wo. Da darfst du keiner sein, da ist er bald, wenn er daneben. Wie ist das auch in Skosland, weil nicht das rote Gebiet? Ja, das ist alles Hölbeflut gerade. Und ich glaube, jetzt dann Portal ist, äh, das ist... Aber das hier war doch jetzt auch Skosland. Das hier ist... Ja, nee, wir sind gerade in Trockensteppe, wir sind direkt an der Grenze zu Skosland. Ja, aber was wir gerade gemacht haben. Ja, das war hier oben, das was kostet, aber vielleicht zählt das nicht als Wegpunkt, weil das, ähm, äh, nach einer Eroberung war, also das Ding dann eben. Und deswegen muss ich auch nicht selbst aktivieren, das kann vielleicht sogar sein. Ja, dann könntest du eigentlich bloß noch, das oben sein, das Gebiet, oder das hier noch genau. Was anders sehe ich nicht, wo ich einen Wegpunkt vermuten würde. Ja, ja, dann dahin. So. Der spielte Gipfel. Wir trinken hier alle. Dann kommen wir den Wegpunkt hier in diesem Bereich. Weil ich mir gerade, außerdem ist natürlich in der Karte drin. Wo? Ich glaube, nie, dass einer ist, weil da ist auch kein Köln, das Gewicht irgendwie. Weil jetzt, dass hier oben keiner war. Ja, hier ist unentdeckt, hier ist unentdeckt. Ich bin unsicher, ich weiß es einfach nicht. Oder aber der Wegpunkt, da muss ich doch zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nein, wir haben jetzt sieben Wegpunkte. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Einer fehlt mir ja, du hast noch. Also, guck mal, in, 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 in zerspielte Gipfel habe ich auch sieben Wegpunkte von sieben. Und ich zähle auch sieben. Das heißt, die der Posten, da war auch einer wert. Ich habe das Gefühl, es wird bloß noch nicht aktualisiert hier. Dass wir jetzt doch sieben von acht haben müssen, nur noch einer fehlt. Nein. Ja, da war auch nicht einfach mal A. Anni, eins, drei, drei, vier, fünf, sechs. Gar nicht wahr. Nein. Nein. Der ist ja nicht mehr kosten. Nee, ich habe nur sechs. Das stimmt schon. Sicher ist die vorliegen. Wo hast du denn? Hier habe ich einen. Ja. Da habe ich einen. Ja. 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 Da. Ja. Da. Und davon eben gerade, das war's. Wen hast du noch? Da habe ich keine. Sauerei. Hier oben würde ich sagen. Und in diesem Gebiet fällt mir grenzt sich einer. Sonst ist ja in jedem Gebiet quasi eine kleine Stadt. Und in diesem Gebiet hier ist nichts. Also entweder das rote oder das. Mir egal. Du gibst vor. Ich mache nach. Ich renne mal hier hin, weil das eh unendeckt ist. Ja, okay. Äh. Ja. Ja. Na, war das so. Die Herausforderung. Gute Frage. Mache ich dann hier nach. Mache ich nicht im Blick ab. Natürlich, Corinne. Hä? Wo bist du jetzt hin? So, mir. Nee. Wohin? Wohin? Zum oberen Wegpunkt oder wann? Nächst. Das kann ich hier nicht tun. Hä? Gehe ich jetzt ohne entdeckte Gebiet? Da bist du okay. Und bis ich von hier aus gelaufen ist, auch was genau soweit. Nicht so lange ich in der Stadt bin. Hm, ja ganz woanders eben. Ach so. Da war ich leider debattiert, verstehe. Ich verstehe vollkommen. Hm. Ich hole mir erstmal den Wegpunkt, den du da oben meines gesehen zu haben, schon zu haben zu haben. Ja. Und dann komme ich zu dir, wo du gerade bist geritten. Auf schnellstem Wege. Ups. Ich brauche mehr Zeit. Bereits kaputt vorbereiten. Na ja. Tatsache, du hast einen Wegpunkt. Unglaublich. Wieso hatte ich sie noch nicht? Sogar an. Hä? 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 Und du hast alle diese vier Plätze. Die alles. Oh. Hier ist ein Schatz gerade. Bist du da bist glaube ich. jetzt wird was machst du jetzt weitergereitet ist ein weiter weg zum glück habe ich im pferd hast du schmerzen kann man dir helfen ich brauche nicht genau das was sagt die frau durch das entdecken jetzt haben keinen dings jetzt auch noch eine kleine stelle und hier ist das ist der truhe kurz unter dir darfst du auch mal sehen ich bin noch nicht bereit alle droht muss warten dass kürze wieder reaktiviert werden kann die netz sehr nett wenn wir schon mal weiter ach so da so ist er nicht von dir ich brauche eine zeit für die vorgabe ja was ist ich nichts guten hören das war ein pferd für spinnen plötze mag nix spinnen die spinnen immer so ha 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 guter witz ne leuchten so krass ja ich weiß auch nicht das heißt elite mobs aber per se weiß nicht und ja ich spiel heute sie nicht so aus nur event wie es aus willst du auch machen ich habe mir die hat auch an gerade jedenfalls weil es so warm ist tatsächlich weil ich habe das so richtig raus wird aber kommt mir so vor zeit für die vorbereitung ich war ja einfach das war die erste welle ok ich habe schon nicht mehr blöd ohne frost wäre hier mit mir ich mag diesen rot ich mag rot ich brauche zeit für die feste es gibt nach schwarz ok dann ist ja gut wenn wir da schon auf dem chat nicht zu hören zu sein damit komme ich klar ich habe keinen manner mehr manner manner noch zwei wellen juhu ich bin noch nicht bereit alle tot bis zum abend brot ja noch ein boss lieb ich bin noch nicht bereit ja welle war mit ja hat er gemacht aber gemacht jetzt weg vom fenster die ja man nicht auf die all drauf so ist nicht so stark da war die alte und dann ist das kassel drauf als das hier es ist allein dinge keine guten aber dinge und du meinst jetzt hier oben oder warte kurz warte kurz warte kurz ja ja würde ich schätzen im fall ganz oben links noch an der küste aber ich meine da gab es kein aber immer zu befreien das weiß ich auf jeden fall aber das andere weiß ich nicht genau los plötze los los plötze schneller ab in meinem keller da ist es kühl ja irgendwie schon so mir erscheint übrigens wieder eine ganz andere wegfindung und ich zu haben wird unten lang muss ich auch mal oben lang geleitet ich schildert hier mich mal zu dir angefragt hast angefragt hast du mich doch doch die hier angegangen bist hast du offenbar angefragt finden die vermissten jäger in der hütte noch Zeit für die vorbeigehen alles dort jägerlein wo du sein ja der ist aber tot erzählt nicht doch schon blablabla die stinken alle hier die wölfe der war waschen baum war ich bin noch nicht bereit explodieren blablabla einfach ein brummeer noch nicht bereit überragendes leder ich habe einen jäger gefunden glaube ich ich brauche Zeit für die vorbereitung und viele viele gegner werden schon weniger also du schon da blablabla ich habe ich habe die noch amnett ja kuril ich weiß ich brauche Zeit für die kann ich gucken ich möchte auch noch einer blutfalke sehr blutig sehr falkisch ich brauche zeit für die vorbereitung ja viel leben naja wir haben auch nicht was wir haben nicht geschmeckt wir haben sich angestellt also lecker nicht warum wie ich so schön wenn sie schlagen rand und schlagen dann das muss muss ich mal hier ist eine live-statue für dich die erste wieder schon bis kosten habe ich alle da muss das stieg gewesen sein das ist doch noch nicht mehr an das war unendekt gebiet deswegen ich denke das war ich mal in dex andere entdeckt verstehe ich gar nichts mehr das ist ja auch mal nicht befreit das ganze also hier habe ich 34 34 spuren eines blutigen kampfes das irritiert mich sehr sehr maximal wo es jetzt die jäger bestimmt hier oben war ja da ist er noch nicht bereit juli 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 schlange vom klo dachte ich darf die große schlange vom klo stadt wieder wo bist du schlange mann frau ich nehme es mal als du schaffst das schon so wenn ich ich war hier oben auf dich hier ist bestimmte boss fight gleich im norden im norden beschwörung habe ich jetzt kennen wir sich mit euch passiv die menge sachen dazu genau starre schwein ist sehr gemein ja warte ich dann nach oben gebe ich sagen so ein 8 die mann trotzdem rothereft ihr müsst ihr an morgen bisher ganz allein unterwegs sind bisher mutig wie die jahre jetzt habe ich mir hier liegt gar nicht hin der dritte ist ein boss siegner im angst nicht mehr unbedingt ich will auch ein dritter sein musst du spielen ich auch machen ja stimmt da war ja was muss ich als micro mann für bieten man tut mich daran er war ich doch schlimm alles interessantes ein bisschen besser aber tiefenaktiv ist habe ich nicht habe ich nicht das ist jetzt also das hat mich ganz praktisch nix so genau blubi blubi beten 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 aber hier ist kein punkt jetzt habe ich auch sieben von acht eben weil ich bloß bei als sechs von acht gewesen wo ich kann neu bekommen ob das seitdem irgendwie ja ich weiß jetzt sein könnte hier direkt der nähe bekommen sein was ist alles sehr dicht besiedelt da muss doch wahrscheinlich oben im höhlen blutgebiet einer sein das kann ich kaum vorstellen gerade naja das ist ja wie man ein schützpunkt aber ich dachte war ohne wegpunkt gewesen wir können ja gar hin radeln auf dem pferd das rauskriegen gleich der leben würde keiner sein dem armen weg und weil gucken können wir gucken gerne da habe ich nix der problem da ist da nix im problem samira trinkt doch mal einfach nur so gerade ich will der räuspern muss ich auch lieber chat trägt auch fast um den kreis nicht alles mal an du kannst du sonst viele neben fest annehmen nur dass es weiß einige unserer besten jäger nicht aus den hügeln zurückgekehrt sind selbst zur beute geworden als der nebel mit hunger kam jetzt liegen ihre leichen offen da den aas fressern ausgeliefert das ist aus so vielen gründen falsch sie sollten mit talismanen des übergangs markiert werden die rieten der alten sitten um ihnen frieden zu bringen unser land ist euch wohl vertraut und ihr seid so tapfer wie die die wir verloren haben könnt ihr sie in die wahre ruhe geleiten machen wir ne klar zum nächsten ein dieb namens dassel hat sich mit den rittern eingeschlichen und sich als sollten ausgegeben hat etwas gestohlen das mir gehört vor zwei wochen wurde ein gesündes kind geboren feier sei gepriesen doch die mutter ist schwach dass er hat den ruhen talisman gestohlen den ich ihr zur heilung überlassen hatte der bastard wollte vermutlich nur schnelles geld machen er könnte mutter und kind damit verdammt haben kümmert euch um ihn und bringt den talisman zurück mcdück ist doch nicht saufen und wasser trinken der nebel ist verschwunden mit ihm die ritter die ohne unterlass ihren vater gepriesen haben was für ein haufen mist einiges hat noch etwas wert hart erkauft so hallo samira tschüss samira meine familie lebt in korbach am ufer dort ist die lage schlimm es gibt nicht genug essen für alle ich bin hierher gekommen um etwas geld zu verdienen vielleicht etwas essen zu schicken aber ich kann mir nicht leisten die arbeit lange genug liegen zu lassen um sie zu besuchen und ich verdiene nicht ich habe sie zu holen hätte dir die güte dass meinem sohn in tat zu bringen ich weiß dass er und die anderen es mehr brauchen als ich sorgt euch nicht ich kümmere mich darum hat ist auch ein geiler stopp name ich kann sagen ja fast also ja dann cooles poisschen oder boisschen und auch genau so hat es aber gar nicht gesehen gehabt der mark ist ein kleines gebiet offenbar soll ich vorher nicht gemerkt dass da noch eins ist dann hat doch fett da ein wegpunkt sein aber gut gutes poisschen und dann weiter am text